Architektur ist meiner Meinung nach ein unglaublich schöner Beruf. Der ist halt sehr abwechslungsreich, man hat immer wieder was Neues, man hat immer wieder neue Projekte. Ich versuche immer die Menschen zu inspirieren und ich finde es ganz ganz wichtig, was ich immer sage, Schönes muss nicht teuer sein. Ich bin ja eher der minimalistische Typ, so alles geradlinig, wenig Deko. Minimalismus plus Gemütlichkeit würde ich sagen, ist mein Stil. Amen.